Die musikalische Erbauung für den 15. Oktober 2021. Namenstag heute für Theresia, Aurelia und Franziska. Der 15. Oktober ist unter anderem Händewaschtag. Manu Chau, Mehlmann Kaya, featuring Penelope Cruz. Manu Chau, ein Freak, Vagabund bester Sorte. Alles, was Gott sei Dank Frank über ihn weiß und gehört hat. Seine Musik, es gefällt, gefällt ganz außerordentlich. Video, Penelope Cruz tanzt und sie kann tanzen. Und sie lächelt dabei, umwerfend. Habt ein Auge, habt ein Ohr. 2007. Manu Chau, featuring Penelope Cruz. Me, Mehlmann Kaya. Ist gut, wirklich gut. Kannste glauben. Los, geh rein, hörst dir an und der Tag ist dein.